Hallo Leute, ich wollte mich für den krassen Support bedanken, dass ich jetzt 6 Abonnenten habe. Ich habe jetzt auch Gameplay drin, damit es nicht so langweilig ist. Ja, und danke. Ich habe mir übrigens einen neuen PC geholt, das ist echt krass. Danke für 6 Abonnenten. Ich gehe mir jetzt eine Villa kaufen.